moin moin willkommen zurück beim xbox front twitch stream mit oder wirft mir joshimo küsse creepy mit neverwinter mit desperate zitmok und kosa wir legen jetzt endlich mal richtig los und machen die ersten richtigen quests das geht ab hier bald schon sind wir auf maximal level kann nicht mehr lange dauern das läuft würde ich sagen und da klingelt schon das erste telefon wir metzeln dann schon mal nee warte mal sonst kriegt zitmok nicht so erfahrung warte markosa geduldet ich mal gedulde dich mal das fällt ihm schwer man sieht es geht weiter läuft nur dann weg metzeln die tvs hier lecker loot gut ums eck was hast du für eine klasse zitmok bogenschütze oder so ist das passt doch ich bin voll in die mitte drauf immer aber wir haben keinen tank oder das ist natürlich blöd aber sind das hier und seht ihr das hier in fragezeichen was sind mit dem was waren das hat ihn jemand betäubt von euch hier hinten ist irgendwas guck mal kannst du das nehmen hier naturfertigkeit waldläufer ist das was für ein waldläufer vielleicht sehr gut ja also für mich sind immer irgendwelche religionssachen für desperate akane kosa bei dir weiß ich nicht was du immer nehmen kannst warte da ist so eine kiste hier die kann jeder glaube ich nehmen schatztruhe hallo lenkt immer ab dass ich hier die schatztruhe öffnen kann sag mal alter klatsch gleich hallo das ist eine junge charmante frau bitte ja wollen ja mal bei den fakten bleiben hier ja ich bin eigentlich kein tank aber ich mache das auch also läuft übel die attacke hier ist was weiß nicht ob hier konnte die tasche auch benutzen ja wie hast du und jetzt da hinten ist die kiste hier ist ein toten ach ja hier war so ein geheim ding tp des abenteuers kann die niemand von euch benutzen hier ist doch so ein geheim ding hinten dran man sieht es doch wenn man die kamera dreht aber ich kann es nicht benutzen ok sehr gut das wird nice die müsste jetzt jeder benutzen können oder das kannst du die nummer aufmachen sehr schön ach so nee das ist dann wirklich auch nur was für desperate ok ich bin schon mal draußen ne mama nicht kosa sonst wird das nur wieder mit den instanzen kacke hier ja jetzt packt es nämlich schon rum ich kann mich die kiste hier nicht öffnen ach nee komm mal wieder zurück wie bist du jetzt überhaupt raus das geht doch immer nur zusammen dass man hier raus geht ja wie bist du jetzt rausgegangen hier erwartet mal ich muss könnt ihr die kiste hier aufmachen ich kann nämlich nicht aufnehmen belohnung abholen aber ich kann die nicht benutzen ja gut dann muss ich mal neu einloggen bei mir ja ich habe das genommen ich muss die kiste nehmen und es funktioniert nicht scheiße ich kann ihn nicht benutzen sind aus naja gut dann ladet mich mal gleich wieder ein beziehungsweise ich mache mal zit mock oder ich mache mal desperate zum leader ist ja wurst so desperate ist leader dass sie mich gleich wieder einladen können ach so ein quatsch fängt ja gut an hier war läuft ne ja läuft wie sau ach man ich hoffe ich kann man es nicht in die worteschlange sieht gut aus das sieht gut aus aha ja vorhin ist nämlich hier so ein gespräch aufgeploppt und dann war es plötzlich weg so jetzt geht es ja okay alles klar so jetzt zu feldwebel nox genau hier oben raus ja okay gut ja ja ich hoffe der packt und jetzt auch immer dieselben instanzen rein sonst wäre es schon ein bisschen die ganze zeit ja sie doch gut aus alles klar stufe 10 und dann brauchen wir auch einige sein geld also das wird ein bisschen dauern denke ich aber wir können ja zusammenlegen dann dann ja drei schuhe hat vorhin versucht schon reinzukommen aber bei ihm ging es irgendwie nicht er ist nicht ins spiel gekommen aber machen auf jeden fall dass wir hier nur eine gilde gründen und dann meckerst du immer über mein internet ja hauptsächlich meckerst du doch oder ich mecke immer das ist normal grumpy cosa ich lache doch die ganze zeit nur ruhen solch besonders creepy gesichtsausdruck machen das kann ich sie wartet die ganze zeit auf den fröhlichen gesichtsausdruck ich gucke immer so grimmelig scheinbar black lake viertel ok so ich habe mal den fad angemacht ja es ruggelt schon ein bisschen mehr jetzt aber nicht so schlimm wie wie in der beta das war übel teilweise ich hoffe das fixen die noch das ist einfach die belastung weil zu viele uns ja 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 naja nee mister dank für dein follow aber in der black lake ja genau in der in der beta hat ja auch in der instanz wo wir am schluss waren kurser wenn ich noch erinnerst da hat es ja geruckelt wie schwein da konnte ich gar nicht mehr richtig heilen weil es so krass geruckelt hat und da war ja da waren nicht hier 100 spieler oder wie viel unterwegs also die ausrede zählt da nicht hier alle quest annehmen wie immer warte dann mal noch ist er hier haben wir was black lake terror ist ein gefecht für fünf spieler der stufen 5 bis 13 wenn das ereignis bereit ist erscheint ach so dass eine instanz das war die erste instanz die wir gemacht haben ja die wollen wir gleich mal noch machen oder nehmen machen erst mal so die quest und dann können wir immer noch mache ich meine stufe 5 bis 13 wir sind wir gerade stufe 5 aber ich verkaufe hier beim händler mal direkt noch ein bisschen mist der ist hier drüben verkaufen sammelwerkzeuge es gibt sie zu kaufen behalten wenn du kleiner schreiben auf den kopf die mein gottes party knaller party time party time excellent wayne's world wayne's world party time excellent kennt ihr den film noch sehr geil und es wird sehr sehr schön oder die filme das waren ja sogar zwei ja dann warten wir hier kurs erwarten auf zitmok thanks für den tipp welchen tipp meinst du fresh ich habe leider nicht so ganz aufgepasst das kann man aber schon mal mitnehmen was ist es gibt es gut mit gestohlenen gütern ach ja okay war gleich da vorne deswegen habe ich also gleich eine ausnahmsweise mädchen männliches mädchen bist du so ladyboy kursa der ladyboy gruselig ich bin satan oder sowas einen schwulen teufel haben wir auch noch hier schwulen teufel geht gleich los hier also weiß blau so schick angezogen die schule das für den baff hier schade kann ich gar nicht sehen bewegt sich kann losgehen scheinbar guck mal zitmok hier müsste direkt irgendwo in blut liegen oder aber hier liegt ein bisschen was ja dann gehen wir hier unten alles um hier glitzert was hier ist zum beispiel was ich bin jetzt schon leicht fertig auf die anderen kannst du dich da nicht verlassen zitmok wenn kursa irgendwo beute riecht da kennt er keine freunde naja der ist schon ganz anderen dimensionen schwebt er hier wie siehst du zieht da 20 gegner erst mal mit ja super kursa ganz stark ja ich meine die jetzt nicht so stark ok 50 mescha getötet hier hinten sind wir mal hier ziel erfüllt hier da müssen wir lang recht ja hier sind doch noch gegner sag mal ja das wieder eilig dem jetzt warst du gerade draußen oder was bei dem sauwetter ja hier unten am meer dort bei diesem komischen glibber ding oder so war dann glaube ich der letzte hinweis hier ist noch einer auf jeden fall ja das buch hier müsst ihr glaube ich sammeln und dann war hier unten am meer noch einer oder sie was auch immer die schlamm zombies ne duschen achso achso ja geht dein warmes wasser immer noch nicht oh nein das ist natürlich übel wo war da was na hier unten im wasser da hinten da hinten hier kann ich auch beten zumindest ach nee das war dann die quest danach hier mit den schleim dingern ja das muss hier irgendwo sein guck mal ist doch markiert das müssen müssen wir eigentlich gleich finden hier sind noch gegner kein loot ach diese luder wärst du mal rausgegangen ja siehst du jetzt dich mal nackt rausgestellt in den regen da wärst du auch sauber geworden ach hier in dem durchgang war das ne ja ich glaube ich erinnere mich ja hier das sind wieder gegner du hast wieder die hälfte an gegner vergessen hier ich kann dich noch nicht heilen nummer so dann ist ja gut sehr schön ja dann geh mal zurück die zwei quest abgeben und dann gibt es ja direkt neue mit steuerkreuz nach unten kannst du heiltränke einsetzen oder nach links je nachdem wie das ist halt eingesetzt oder leben ja genau cleveres bürchlein cleverer ladyboy entschuldigung meine alten knochen eure helden taten segnen die todesratten so stufe hoch dann gibt es glaube ich neue kraft könnt ihr vergeben wenn ihr das level ab habt heilen das wort stimmt was soll ich machen leistendes licht zu schnell sicherer schlag schlag jetzt kann ich heilen cool ist ja noch eine quest nach doch ja hier ist noch eine die todesratten und aktive ermittlungen habe ich jetzt hier unten geht es lang ja war doch mal sind ja noch gar nicht alle da machen sie mal einen ruhigen junge frau außerdem habe ich noch post ich bin wichtig ja bla bla ich bin ein baum meiner kennt mich nicht ja graus zeug ja graus zeug ist nur zum verkaufen interessant wird es eigentlich erst wenn das zeug grün ist dann hat es irgendwelche werte also ich glaube die warte mal ich kann nachgucken hier die wertigkeitsstufe ist grün blau und lila lila ist episch aber keine möglichkeit den gesamten lud mit einem schlag zu verkaufen ich glaube nicht sicher nicht so ich glaube jetzt muss man unten an den see ach so moment ich bei der marke west aktiv ermittlung ach so genau hier bei der eulen ja das quest das war jetzt hier unten am wasser die schlammdinger ja und hier haben wir gleich ein annett ist wieder so ein aussichtspunkt ding war ja hier das ding die kugel genau mein hero ja alles locker flogge ich der moment aus cool sie ist noch nicht so weit aber wir kennen es ja schon von der beta schönes spiel da hält ja ein bisschen was aus der schlammkotzer hier in free to play ist das echt klasse ja also absolut kann man nicht sagen ich kann halt noch nicht so wirklich einschätzen wie das mit den sachen aussieht die man so kaufen kann ob man dadurch wirklich so einen richtigen vorteil hat oder ob das her ist ich denke schon weil sonst würde es ja keinen sinn machen nö siehe heroes of the storm oder lol oder so da sind ja auch nur ja gut aussehen also reittiere und so kann man kaufen das habe ich schon gesehen und ja so sachen die dir ist level wahrscheinlich einfacher und schneller machen das ist ja relativ normal kann ich hier nochmal beten so erstes quest schon fertig genau jetzt können wir da rein dann ich gebe erstmal ab noch schon da sind dich interessiert warum es kostenloses weißen free to play spiel ist also weiß nicht gibt es da so einen richtigen grund das ist halt von vornherein so design dass es kostenlos ist na den lud hier einsammeln sag mal wenn hier kostenloser loot rumliegt dann sammle ich den zu spürnase rennigan zurückkehren ach ist das schon wieder hinten wartet mal kanäle am schwarzsee ja moment ich wähle das mal aus so jetzt ja hier rein also ist halt ein free to play mmo gibt es ja mittlerweile recht viele ist eben jetzt das erste was auf der one raus ist und macht spaß es spielt sich es steuert sich ziemlich gut das ist am anfang ist die steuerung echt voll gepackt muss man sagen aber wenn man es ein bisschen raus hat funktioniert es wirklich gut nicht so wie das final fantasy was für die ps4 mal kam das kann ich nicht sagen habe ich nicht gespielt das kann ich nicht sagen ja ja naja das ist halt so noch der standard aber ich meine die elder scrolls online das kommt ja jetzt auch als free to play das war ja auch hat ja was gekostet haben sie jetzt auch umgeswitcht das fand ich aber auf pc nicht so geil habe ich die beta gespielt und irgendwie ich fand es das war so standard halt irgendwie nichts besonderes so die welt war auch nicht so spannend alles also finde ich das hier interessanter muss ich sagen muss ich sagen ja also ich weiß nicht ob man es kaufen muss ich weiß nicht ob man es kaufen muss ehrlich gesagt zum spielen soll es wohl kostenlos sein naja gut hier ist was für dich desperate hier die kiste das ding mach mal langsam hier hinten ist noch was hier ist eine kiste au und eine falle ja na da bin ich reingeruckelt ja jetzt hängt es ab so jetzt ja da ist aber noch was ich glaube die müsste dir alle aufmachen können die kiste sind ein paar heiltränke drin ja hosa mach doch mal alter hosa wieder weg ja das übliche mach mal langsam sonst kriegen wir nämlich auch keine erfahrung ok alter schwede wer ist denn hier fast tot von euch ich sehe es gerade erst nicht wenn ich das mitkrieg und dann heilt ich euch auch muss man auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier und ihr müsst halt in reichweite sein weil ich schon ein bisschen auf euch zielen muss die älter scrolls online ist ja mal mega geil das war jetzt ironisch gemeint oder paula ich weiß ja nicht ich fand es nicht so geil ok ok ja doch na klar da waren sie jetzt irgendwo spinnen ja da waren dann schon mit spinnen also hier jetzt noch nicht aber das kam auf jeden fall noch dann aber nicht bei der beta ja klar hast du das so rum hat er verdrängt ja doch ich kann ja wieder boss keine bus das ist mehr er Kinderboss. Na, von wegen, Kinderboss. Tod, ist doch schon tot. Weil ich dich geheilt habe. Sonst hätte ich aber sowas von zerlegt. Was? Soll ich dich nicht heilen? Okay. Okay, wenn du nicht willst. Das ist doch meine leichteste Übung. Aufpassen, da unten gibt es viele Fallen. Also nicht die Gänge absuchen, sondern nur die Kiste nehmen. Na, da ist nämlich sonst weiter nichts. Genau. So, jetzt kann ich die Kiste eröffnen. Oh, das sind aber schicke Stiefel. Oh, ich habe ja noch ein besseres Symbol hier. Eure Gruppe wartet auf euch. Ja, dann lasst mich da mal hier meine Schuhe in Ruhe anziehen, sag mal. Ich warte? Na, ich warte doch. Ich kann doch hier noch was identifizieren, oder? Wo sehe ich denn das nochmal, wie ich Sachen noch nicht identifiziert habe? Ach, Alter. Klatsch gleich. Wer hat Trickschurke? Was für Ding? Trickschurke. Ich glaube keiner, oder? So, jetzt fehlt nur einer. Ne, ach, es lädt nur. Okay. Also, wie jedes Spiel quasi. Ja, nee, oder? Na ja, ja, jedes Offlinespiel, jedes Onlinespiel nicht unbedingt. Ja, ja, wenn du es so sehen willst, ja. Stufe 7. Was ist jetzt los? Jetzt hängt es bei mir. Ah, nee. Bei mir auch. Nee, es geht. Noch eine Kraft. Dann verstärke ich doch direkt mal meine Heilung. So, nächstes Quest. So, wo geht es jetzt hin? Nee, wir haben ja alles. Nö. Warnung an den Feind. Wo, 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 wo? So ist Fargo treffen. Das geht bei mir bloß. Heiße Spur, ja. Und Warnung vor dem Feind. Ja, dann tun wir mal die Linie posten. Also. Die ist schon. Du musst das Quest aber annehmen. Hast du das angenommen? Na, warte mal. Hier zeigt es mir jetzt. Warte. So, ich teile mal mit dir. So, ich teile mal mit dir. Nee, kann nicht geteilt werden. Du musst hier vorne mit dem Heini, wo du das eine Quest abgegeben hast. Hier, mit dem hier. Hier, wo ich stehe. Auf Wiedersehen, sagt er zu mir. Hier, Spürnase. Ich muss los, sagt er. Fertig. Hä, Warnung vor dem Feind hast du nicht, oder was? Hast du irgendein Blut nicht mitgenommen, oder was hast du jetzt für Quests oben? Was zeigt es denn an? Äh, Sui Fargo treffen. Heiße Spur. Sonst nichts. Äh, warte mal. Nee, heiße Spur. Ja, keine Ahnung. Dann musst du hier, von einem von denen musst du das Quest nur annehmen können. Hab ich nichts mehr. Hab ich nichts mehr. Nee, da ist niemand hier. Habt ihr anderen die Quests? Zivilisten evakuieren, Schlammproben nehmen und Sui Fargo treffen. Na, gib mal hier die Quests noch ab. Das sind Quests, die du auch noch abgeben kannst. Hier, wenn hier das Fragezeichen über den Typis ist, kann man das Quest abgeben? Gebt mal noch ab. Ihr dürft jetzt nur noch Warnung vor dem Feind und Sui Fargo treffen, dürft ihr nur noch haben. Ich hab nur noch Sui Fargo, aber ich hab alles andere abgegeben. Ja, Warnung vor dem Feind ist aber ein neues Quest. Das müsstest du haben. Wieso, was war da? Was musst du da machen? Sag mir, was du da machen musst. Äh, Warnung anbringen. Nee, das hab ich nicht. Bei mir zeigt's hier bloß. Sui Fargo treffen, zeigt's bloß an. Tja, dann ist es vielleicht ein Klassenquest, kann ja sein, weiß ich nicht. Ja, dann machen wir mal weiter, also weiß ich nicht. Ich hab ja auch noch mit denen gequatscht. Die anderen habt ihr aber alle abgegeben, die Quests. Nee? Wie, nee. Ah ja. Das soll mal ein normaler Mensch verstehen. Also mein Quest hier, Warnung anbringen, ist hier zum Beispiel. Hier muss ich was ranpappen. Ich muss ja solche Plakate an die Wand hauen. Weiß nicht, warum das bei euch nicht geht. Sui Fargo ist da hinten. Ja, ich wähl mal. Ich weiß nicht, zeigt's das für euch alle an? Wenn ich den Quest-Fab wähle, oder muss das jeder für sich machen? Ich glaub, das muss jeder für sich machen, oder? Nein, das Quest auswählen, dass es einem den Weg anzeigt. Naja, mach mal das mal. Das andere kann ich ja nebenbei machen. Beziehungsweise. So. Hier ist doch der Tybi. Der Krone ist so nah, kommt jetzt als nächstes. Genau. Und dann gibt's einen Rucksack. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir hier rein. Dort rein, ne? Ja. Was nimmst du schon wieder so rum? Ich mach's so lange mal hier noch ein bisschen was platt, wenn ihr noch braucht. Ich tue so lange mal einen Balken hier. Alle Kräfte verteilen wieder. Loot! Leckerer Loot! Schriftrolle, Gold, lecker. So, geht los. Ich muss noch mehr lächeln, nur Runen, oder passt es schon? Genug gruselige Gesichterinnen machen. Zur Hilfe! Mächtiger Ladyboy! Rette uns! Heb dein Röckchen! Und erschreckst sie zu Tode! Arschloch! Ich heil dich doch auch. Manchmal. Manchmal, ja. Ui, was grün ist. Ne, ich glaub nicht so richtig, oder? Warte, passen. Für mich ist es nicht. Unidentifizierter... Was? Wieso kann ich nicht mit würfeln? Aber du grad ne gesagt hast. Du musst ja das Ding drücken, select und dann... Nö, bei mir ist jetzt gar nichts aufgekloppt. Hm, hier ist noch ne Kiste. Diebstahlfertigkeiten. Hab ich nicht. Ich hab keinen Diebstahl! Hier unten ist auch noch ne Tür. Sag mal, wo rennen die alle wieder so schnell hin? Ja, da oben noch ein Kressenfahrer. Na, hier unten ist da auch noch Zeug, sag mal. Der Kosa! Ist wirklich so ein... Durch... So ein Rambler. Kosa der Rambler. Uh, da! Teppich! Angucken! Sehr schön! Wandmalerei! Sehr schön! Wissen! Jetzt wissen wir mehr. Zitma hat ne 5 geworfen. Ich habe gepasst. Ah ja, ne, eigentlich nicht, aber okay. Vielleicht hast du das eingestellt? Mit deinem Automatischen? Dann mal sehen wir beim nächsten. Ui, das ist ein Gegner. Hier ist ne Rolle, ne Schriftrolle. Uh, hier ist ein großer Gegner. Ja, packst du da alleine, wahr? Ja, ja. Ich schau mal, ne? Klar, packe ich dir halt eine. Oh, ist denn hier noch mehr? Ja, nicht mehr. So, wo nun? Ah, hier hin. Durch die Tür. Da ist ne Kiste. Brennt das hier, oder muss das so sein? Ist ne neue Heizung. Ja, vor allem die gesunden Dämpfe hier, wahr? So, hier ist jetzt der Boss, denke ich, ja? Zwei Booten, ne, ein Boss. Ne, zwei. Ja, stimmt, zwei Boss. Na ja, nicht so wirklich die Herausforderung war. Dort, gewonnen, nächste Kiste. Abenteuerrucksack, jawohl, passt, sehr schön. Oh, da liegt noch ein Rucksack, sehr gut. Und Tür raus. Jawohl, ne, erst mal vielleicht den Rucksack anlegen, oder? Ach, ne, macht das von alleine. Ja, jetzt hör doch mal auf, hier schon rausrennen zu wollen. Beschützender Kämpfer ist keiner von euch, ne? Aber wir bräuchten wirklich einen Tank, ne? Wenn wir Instanzen dann machen wollen. Wir haben echt alles nur Schadenklassen. Zwei-Hand-Waffen-Kämpfer, weibliche Halbelf-Ausrüstung. Ja, zwei-Hand ist auch Schaden, Nahkampf halt. Aber du wirst nicht viel aushalten, wenn da mal wirklich die Gegner draufhauen. Da fällst du weg wie nix. Und hier abgeben, sehr schön, C-Grundstück annehmen und der Fall, Katzoff. So, ich muss mal meine Plakate hier noch anbringen. Die sind hier noch irgendwie verteilt. Na ja, die Quest, die ihr irgendwie nicht nehmen konntet. Ich muss beide Karten einreißen. Noch zwei. Karten einreißen? Die hab ich gar nicht. Ja, siehste. Menno will auch... Will auch Karten vernichten. Sag mal, kann es sein, dass ich die Plakate hier hinhänge und du reißt sie direkt wieder ab? Das wäre natürlich auch geil. Das wäre auch schön. Ich mach mir so eine Mühe hier. Das ist ein gewisser Witz, ja. Und du machst sie direkt wieder kaputt. Und dann müssen wir hier über den Fluss, glaube ich, da hinten hin. Ja, ich will nur noch das Quest schnell abgeben und dann kann man direkt rüber. Aber wir kommen da ganz gut voran. Stufe 7, das ist kurz nach 9. Ich bin Stufe 8, nur zwei, anderthalb Balken. Das will doch wieder keiner wissen, Cosa. Das macht dich mal nicht unbeliebt hier. Nee, bei dir auch, oder? Du bist ja auch immer kurz gleich mit mir auch. Ja, das ist bei allen dasselbe ungefähr. Dass ich das ein bisschen unterscheide, das ist normal. So, ich komme. Vorratskisten der Nescher habe ich jetzt. Rechts, 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 rechts. Nein, wo willst du hin? Doch, da rechts geht der Pfad. Nein, was hast du denn für einen Quest ausgewählt? Nicht, du läufst jetzt da runter zu einem Falschen. Was hast denn du für einen Quest ausgewählt, Cosa, wenn du ein anderes Quest ausgewählt hast? Ja, aber welches Quest zeigt es dir an? Jetzt da, wo du hinläufst. Junge, willst du mich fertig machen? Jetzt wieder nach hinten irgendwie. Was hast denn du für einen Quest ausgewählt, welches zeigt es dir an? Das ist entscheidend. Nur wo der Pfeil hin zeigt dort, das ist wichtig. Gar keins bis jetzt habe ich zum Einzeigen gemacht. Ne, kann ich gar nicht, das musst du machen. Ne, ich habe doch. Vorratskisten der Nescher, ne, das ist hier. Da sind wir schon richtig jetzt hier. Dann kommt man zu mir hier. Ja, das zeigt mir. Okay, die Viecher, naja, also. Immerhin am Chef bleiben hier. Ja, wir müssen mal noch auf Desperate und Sid Mock warten. Beziehungsweise nur noch Desperate jetzt. Soll die ja, hallo. Ach, ihr seid doch da, ja, okay. Ja, hier die großen Kisten, die jetzt hier schon brennen. Solche Dinger müssen wir kaputt machen. Ja, hier, der hat schon wieder die Nächsten. Hier sind welche. Ja, schällt aber nicht für uns. Schällt nicht für uns. Verdammt, meine Kiste. Shit, im Kampf, ich kann jetzt nichts machen. Scheiße. Der Drecksack klaut uns den Loot. Jetzt, schnell. Yes. Hat gezählt für uns, ja. Ja, vorne ist die Nächste. Ja, da drüben. Schnapp sie euch. Was dauert noch eine? Ne, mach mal, mach mal. Jawoll. Jawoll, hier sind noch Gegner. Da auch, wir haben es. Abgeschlossen, sehr gut. Stufe 8, Alter, das geht ja schnell hier. Danke hier. So, jetzt das andere. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe brauchen. Probischen. Die hauen mich hier ganz böse. Oh, desperate. Ich halte dich mal. Läuft. So, ein Nescher-Hauptquartier habe ich jetzt. Das ist auch gleich hier. Ja. Hier unten, die kann man auch noch mitnehmen. Zitmok ist auch eher so ein Nahkampf-Bogenschütze. So aus 10 cm Entfernung. Das hängt von der Situation. War mich mal rein. Ist immer situationsbedingt. Ist richtig, ist richtig. Hier gibt es einen. Hier sind noch Gegner. Wo sind wir? Da waren gerade aber noch keine Gegner. Ja, gut. Shit. Jetzt poppen wir eh schon hier rein. Da hinten ist so direkt was, oder? Ah, hier ist Feuer, okay. Uh, diesem Level 9. Hi. Kosa, wir sehen dich gar nicht. Kosa, mach doch mal langsam. Wir sind uns hier alle mal umgucken nach irgendwelchem Loot und so Zeug. Und du rammelst direkt wieder vor. Das ist nicht normal, ey. Wir müssten Kosa wirklich an die Leine legen. Ja. Eine Mindestabstandskette. Ja, so 5 Meter und weiter darf man nicht weg. Mindestentfernung 5 Meter. Hier unten ist ein Buch. Hier bei mir. Wo? Ne, ganz unten ist ein Schalter. Ja, hier drüben, hier bei mir, hier. Ah, hier ist ja auch noch eins genau. Ups. Na, niemals unser Lord. Hier drüben in dem Raum ist auch noch eins. Zitmock hier. Wappenregal hier. Dort. So, gut. Da, runden, da geht's lang. Ja, warte mal langsam. Immer einen ruhigen Kosa. Immer schön ruhig. Ruhig, brauner. Ruhig. Da, boah, ich untersteck's. Die Geule gehen immer mit ihm durch. Schade, nichts unter der Treppe. Ruhig, Gegner. Moin Commander. Smite, hab ich keinen Key. Deshalb erstmal nicht. Vielleicht, wenn ich mal einen Key dafür hab. Oder wenn das dann raus ist. Ja, kann gut sein. Aber gibt's da schon ein Release-Datum? Ich glaub nicht, oder? Für Smite. Ich bin erstmal so ein bisschen auf Heroes of the Storm angesprungen. Muss ich sagen. Was ja auch so ein MOBA ist. Hier ist was für Desperate. Ne, Diebstahl. Was kannst du eigentlich jetzt so für Kisten aufmachen, Kosa? Äh, normale. Na, du kannst aber auch irgendwas Spezielles noch. Mit irgendeiner Fertigkeit. Religionskisten. Also ich kann irgendwelches Religionszeug. Zidmok kann Natur. Und Arkan ist für Desperate. Und irgend sowas musst du auch machen können. Natur kann ich auch. Stimmt, Natur hab ich. Na, siehste. Das kommt nämlich davon, wenn man mal so weiterrammelt. Da sieht man den ganzen schönen Loot hier gar nicht. Was spielst du denn für ne Klasse, Kosa? Äh, elf. Ladyboy. Halb elf. Klasse Ladyboy. Alter. Warum gehen die alle auf mich? Was tut denn ihr? Hallo? Tank? Haben wir sowas? Ne, ne? Oh, erledigt. Hier ist nur einer. Wissen. Haben wir da Schönes. Die Krone von Neverwinter. Sehr schön. Sind wir doch direkt Könige. Ui, plus 33 Schaden. Symbol des Glaubens. Sehr geil. 133 Kraft, 48 Schaden. Nice. Oben der Präzision. Haben wir getraut? Ja. Das ist erholung. Langsam. Hier ist nur noch. Regionsfertigkeit wird hier benötigt. Ah, das war's für mich. Wo ist das? Ah, jo. Komma. Danke. Tja. Eisenerz. Sehr schön. Sehr schön. Alpha läuft gerade. Hast du schon übelst gesuchtet. Aber ist auch top. Ja, ich habe davon einiges gehört. Das wird auch an Konsole bestimmt gut funktionieren. Das ist ja direkt für Controller ausgelegt. Also werde ich mir auf jeden Fall definitiv mal angucken. Ich habe nur irgendwie verpasst, mich dafür anzumelden für die Alpha. Aber ja, Heroes of the Storm gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also da hatten wir jetzt schon einigen Spaß damit. Hätte ich nicht so gedacht, dass das mir wirklich so gut gefällt. Haben wir hier noch was? Ne, zurückkehren, ne? Ja, dann gehen wir zurück. Nehmen noch hier die Gegner auf den Weg mit. Nicht abnehmen. Erfolge bekommen? Ja. Ein was? Erfolg, Cards of, irgendwie war der Erfolg. Ja, war der Cards of, so ist erfolgt. Ne, habe ich nicht gekriegt. Aber joa. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Erfolgsfan. So. Äh, Black Lake Viertel. Na? Achso, ne, wir müssen hier Protector Enclave müssen wir. Ja, okay. Wir können dann nochmal zurück in den Bereich hier und dieses Dungeon bzw. das Event machen hier auf dem Platz, wenn du dich erinnerst, Cosa. Ja, das war ja easy. Ja, gibt nochmal ein bisschen Erfahrung. Passt. Oh, ich habe ja noch Post hier gekriegt. Mal gucken. Oh, stimmt. Ach nö, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich habe noch eine Fertigkeit, eine Kraft. Ja, Glaubenslanze. Krone zu Feldwebel Nox bringen. Mächtiger Feldwedel. Sonst kann man die nicht behalten. Wo bist denn du? Black Lake Viertel, dort durch das Tor dort und dann nicht Black Lake Viertel, sondern das andere anwählen. Ah, jetzt kommst du doch, ja. Protector Enclave. Das mit der Ausdauer haben sie aber nicht gemacht. Ja, wie ist es denn MPC? Also hier heile ich ja eine Rune. Ich weiß nicht, Kleriker hast du den auch gespielt, aber hier heile ich ja, ja, indem ich hier halt so anvisiere, wo ich hinballere, die Heilung. Und das finde ich macht doch echt Spaß, weil man so ein bisschen mehr machen muss. Wie war das denn am PC? Problem mit Tornviertel und NestEye. NestEye, genau. Ach komm, ein kleines bisschen, oder? Level 9. Ja, ich auch, was soll's. Klerikerin und Hexenmeister, halt per Lifestyle, wurde aber genervt. Ach so, Hexenmeister per Lifestyle, ja, okay. Kann sein. So, ich bin schon wieder bereit, ja. Wir sollen ins Turmviertel, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal Black Lake Viertel alle und machen dort mal noch den kleinen hier Event, den Dungeon und dann können wir immer noch Turmviertel gehen. Ja, und ich mach nochmal einen kleinen Schnitt hier. Das heißt, ich bin kurz weg, komm wieder rein und dann machen wir weiter. Kleiner Schnitt für YouTube. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.